Wo ist er? Da drüben links. Ja, ist er. Ich bringe ihn nachher mit dem Remote. Weil dann können wir einfach nur Rack drücken bei uns an der Dinge und dann ist es gut. Hey, ich habe echt Schiss gehabt, dass das so mega scheiße wird, aber es ist ja eigentlich wie... wie ein Andi-Film. Genau gleich. Also ich mache das ja erst seit drei Jahren. Da ist noch nicht so ein alter Raser drin. Und wenn man mal was verkackt, dann ist das auch nicht so schlimm. Jetzt versuch mal noch ein bisschen zwei Drittel des Bildes zu tun. Und alles näher ran. So, meinst du? Oder mach erstmal eine Runde so wie du es hattest, weil dann bist du drin und dann kannst du nochmal näher ran. Ja, ich brauche jetzt noch ein bisschen Übung. Genau. Auch wie sie reiten, wie schnell und alles. Dann mach mal kurz den Kopf weg. Nicht wackeln. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020